Eure absolut hoffnungslosen Witze, aber wenn ein guter kommt, beende ich das Video. Was macht Tordi, wenn er schlafen muss? Er tut nur so. Was, was, was? Oster, der Witz. Aha, ich bin dumm. Ich will nicht mehr. Was ist gelb und tut dem Gesicht weh? Ein Bagger. Ich geb dir gleich nen Bug. Was ist grün und miau? Eine Katze im Froschkostüm. Leute, was soll das? Äh, bau! Warum sind die Amis so schlecht in Clash Royale? Die haben schon zwei Türme verloren. Boah, der Witz kommt gefährlich angefangen. Was ist umgedrehter Exorzismus? Wenn der Dämon dem Priester sagt, dass er aus dem Kind rausgehen soll. Boah, der Witz kommt.